Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ferran Ball ist der englische Farbhersteller, der wunderschöne Farben macht. Es gibt diese Farben in 132 Farbnuancen, die alle ihre Eigenheit haben. Die haben auch spezielle Namen, wie zum Beispiel Elephant's Breast Nr. 229 oder Charlotte Locks Nr. 268. Ferran Ball verwendet dabei spezielle Pigmente, spezielle Bindemittel und erreicht damit eine Farbtiefe, die einfach unerreicht ist. Und genau das schätzen Kunden bei Ferran Ball. Von Ferran Ball? Ja. Nein. Doch. Aber dann müssen wir schon in zwei Tagen die Farbe da haben. Wie soll das denn gehen? Hallo? Doch, geht. Aber nein. Aber doch. Wo denn? Im Internet. Ach, das dauert ewig. Wenn die Dose ankommt, ist sie kaputt. Hat Robert alles schon ausprobiert? Feine Farben. Feine Farben, was? Schnell und sicher. Schnell und sicher. Wir von Feine Farben sind die Farben von Feine Farben von Feine Farben von Feine Farben in Deutschland und haben unglaublich viele Farben von Feine Farben von Feine Farben auf Lager. Sie sehen hier einen Blick in eins unserer Lager. Wir haben nicht nur die Estate Emergen, sondern auch Modern Emergen, Estate Axial oder auch Exterior Axial in allen Farbtönen da. Wir versenden so, dass Sie die Farben innerhalb von zwei Tagen erhalten, häufig auch schon innerhalb von einem Tag. Sie können die Farben einfach bestellen unter der Internetseite www.feine-farben.de oder telefonisch unter 0800 34 34 007. Schau mal, Sybine. Und Blick in den Warenkorb. Und Papa, am Freitag habe ich Namenstag. Blue-Grey Nummer 91. Bei uns ist nicht nur die Schnelligkeit wichtig, sondern vor allen Dingen auch die Sicherheit. Es gibt ja nichts Ärgerliches, als wenn Sie die Farben zwar schnell bekommen, aber die Farbdosen dann nachher aufgegangen sind, geplatzt sind und so weiter. Deshalb haben wir spezielle Verpackungen entwickelt, die die Farbdosen wie ein Fahrradhelm umschließen. Die Farbdosen können sich eben da drin dann nicht mehr bewegen, sind sicher und damit schaffen wir es, dass die Farben für Ihnen eben nicht nur schnell, sondern auch sicher ankommen. Hallo, mein Name ist Philipp Wiedemann. Wir befinden uns hier in einem privaten Projekt von mir. Normalerweise baue ich Möbel, mache Innenausbauten. Das ist aber hier mein eigenes Ding. Das Haus haben wir hier komplett mit Farrell & Ballfarben gestrichen und die haben wir alle bei Farben bestellt. Das hat so ein bisschen den Vorteil, dass wir da ziemlich schnell beliefert werden und ich sehr ungeduldig bin und deswegen keine Lust habe zu warten. Es ist dann immer schön, wenn dann zwei Tage später nach der Bestellung dann schon die Pötte da sind. Das hat so ein bisschen die Pötte da sind.